Willkommen mal wieder im Muppet-Labor, wo die morgige Zukunft schon heute gemacht wird. Dr. Honigtau Bunsenbrenner hat Neuigkeiten für Sie, die Sie erzittern lassen. Mein Assistent Biker wird es sogleich demonstrieren. Hallo und herzlich willkommen im Den of Little Treasures. Da bin ich wieder mit ein paar neuen Fotos von Megakonstrux. Und dann starten wir heute nochmal mit dem Bigfoot. Den habe ich zwar letztens schon mal kurz gezeigt in den News-Videos, aber ich habe noch ein paar mehr Bilder bekommen. Und die schauen wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen an. Okay, die Box, die hatten wir zwar schon mal beim letzten Mal ein bisschen gezeigt. Dann der Bigfoot nochmal ein bisschen so im Aufbau. Ja, der wird tatsächlich eine Federung bekommen. Was ich so gesehen habe, wird das über Gummibänder sein. Lasst euch da einfach mal ein bisschen überraschen. Dann der Innenraum. Auch schön mit diesen Drucken. Ja, die Länge ist tatsächlich wie bei diesen kleinen Sets, wie der Street Roller und Purple Passion. Nur 23,49 Zentimeter. Und ja, damit wäre das eigentlich mehr ein 50-Dollar-Set. So ist's gut. Na, ist das nicht schnuckelig? Noch ein weiteres Beispiel. Casted Grayskull wird nochmal neu aufgeliebt. Hier die Box von dem Mod-Rod. Ja, auch sehr schön, wie ich finde. Hier ein Bild, wo es noch nicht so ganz zusammengebaut ist, der Wagen. Man sieht schon wieder an den Reifen, das ist wieder ein kleines Modell. Die Türen lassen sich da auch nicht öffnen. Ja, ist so ein bisschen schade, hier von hinten nochmal zu sehen. Ja, irgendwie haben die ganzen Hot Wheels Autos wohl alle irgendwie so Lachgas hinten im Kofferraum. Hier noch ein kleiner Blick in den Innenraum. Ja, die Länge 23,99 Zentimeter. Also der ist sogar länger als der Bigfoot, wie man sieht. Und ja, wird halt auch wieder in diesem kleinen Street Roller Purple Passion Maßstab sein. Als nächstes haben wir Muscle Bound. Ja, auch ein Set. Ich hoffe, dass die hier auch in Deutschland rauskommen. Ja, leider muss man ja sagen, dass Mattel Deutschland da oftmals Sachen nicht rausbringt hier. Wenn man auch mal auf die Seite guckt, ist von diesen Sets einfach nichts zu sehen. Das ist sehr schade, wie ich finde. Auch der Purple Passion wird wahrscheinlich nicht mehr erscheinen. Aber, tja, gut. Ja, sieht auch nett aus. Wobei mir so die Aufdruck an der Seite jetzt nicht so gefallen. Aber das ist halt dem Modell halt geschuldet, wie es halt tatsächlich aussieht. Hier nochmal so ein bisschen im Aufbau. Ja, war es schon so gefallen. Hier auch wieder Länge 23,99 Zentimeter. Und das heißt auch wieder ein kleines Modell. Man sieht es aber auch schon an den kleinen Reifen. Wissen Sie, ich schäume direkt über vor Aufregung. Hier ist das Produkt, verehrte Zuschauer, auf das Sie schon alle gewartet haben. Der neue Raumstatische Gorilla-Detektor. Ja, liebe Freunde, die Zeiten sind vorbei, dass Sie sich in bangen Nachtstunden fragen mussten, ist da irgendwo ein Gorilla? Ja, wie viele Freunde kennen Sie doch, deren Urlaub dadurch verdorben wurde, dass ein unentdeckter Gorilla sie überfiel und fraßt. Und damit ist jetzt Schluss. Schicken Sie uns noch heute 22,95 Dollar und wir schicken Ihnen diese Mappe. Raumstatische Gorilla-Detektor. Frei Haus. Damit wäre Pico nun bereit für die Demonstration. Ja, und weil wir gerade beim Musclebound waren, hier die Wonder Builders Monster Truck Version. Nennt sich hier Hot Wheels V8 Bomber. Ist so dieselbe große wie der Gangster und das Race Ace. Und ja, ähnlich halt. Wird wahrscheinlich dann auch wieder so ein 10, 11 Dollar Set werden. Da muss man natürlich aufpassen, dass man hier in Deutschland nicht wieder abgezockt wird beim Preis. Hier auch nochmal so ein bisschen zu sehen. Und da ist oben rechts schon der nächste Hot Wheels Demo-Turby Monster Truck. Hier muss man sagen, das wird wieder ein großer sein. So wie auch der Bone Shaker oder der Tiger Shark. Das ist also wieder so ein 20 Euro Set. Und ich denke mal, das ist wieder was ganz Nettes. Und ja, sieht man hier auch schon mit dem Mega Rex zusammen, dass das ziemlich cool ist. Hier auch zu sehen noch so ein paar kleine Neuheiten. Ja, das bedeutet jetzt eigentlich, dass die anderen, die ich schon in den anderen News praktisch vorgestellt hatte, zum Beispiel das Amazon, ein Baja Truck und so weiter, oder dass die dann wohl nicht nach Deutschland kommen, was ich sehr schade finde. Aber ja, muss man sich wohl bei Mattel Deutschland beschweren. Die haben es ja noch nicht mal nötig, irgendwie auf E-Mails zu antworten. Das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, aber naja, so ist es halt mit Mattel Deutschland. Dann noch ein paar kleine Kauftipps von mir. Ganz unverbindlich natürlich. Bei Amazon gibt es zum Beispiel jetzt den Hordak und Monstroid für 32,99. Und das Landshark-Set für 20,98. Und den Skeletor-Stab, den gibt es da für 41,99. Auch das Battle Ram für 14,99 ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Bei Smith Toys, da gibt es den unbeliebten Tesla Cybertruck für 120 Euro, was wirklich ein sehr, sehr guter Preis ist. Und dann gibt es natürlich bei Kaufland den Landshark für 22,98 mit kostenlosen Versand. Was natürlich da auch sehr gut ist, da haben die zum Beispiel den Roger Dodger, den großen, für 60,94, was ein sehr guter Preis ist, wie ich finde, mit kostenlosen Versand. Also ja, ansonsten kann man da auch gut den Street Roller kaufen für 43,97 auch mit kostenlosen Versand. Ich denke mal, bei den Preisen, da kann man wirklich nichts falsch machen. Eine Sache habe ich noch. Snake Mountain kann man natürlich jetzt auch schon offiziell bei Amazon.de bestellen. Ich verlinke euch das auch mal unter das Video. Ja, dann geht es jetzt wieder zurück an Professor Doktor Honigtau Bunsenbrenner. Na schön, dann also wieder zurück ans Reißbrett. Ja nun, ja nun, ich glaube, das war's für heute aus den Muppet-Labors.